Vorkäume, wir faszinieren! Abgefoggen die Kiste, das muss man auch können! Applaus! Und das hoff ich, nimmt jetzt auch nicht böse, aber das war gut! Er hat nicht mal das Blaulicht kaputt gemacht, also... Das ist, war können! Wenn wir die Kiste mal weggehen, noch zusammenfangen und in der Drehung zum Sturzblatt bringen, das ist okay! Der BMW M6 mit 780 Bits! Der BMW M6 mit 880 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 Bits!